Ich auch nicht. Ich nehm diese blöden Waffen einfach nicht mehr mit. Immer wenn ich die mitnehme, es ist neblig, es ist dunkel. Wofür nehm ich das überhaupt mit? Keine Ahnung, wahrscheinlich weil du dich aufregen willst. Ja. Immer wenn du dich aufregen willst, nimmst du mal scheiß Waffen mit. Also scheiß Waffen für scheiß Karte. Immer wenn du sie aufregen willst, nimmt der auch Waffen mit. Was? Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo. Hallo. Was? Hast du nicht gesagt, dass Ragoon mitmacht heute? Wie alles Gutes kommt mit dem Alter. Mit welchem Alter, was? Warte, was passiert? Ich hab's vergessen? Natürlich ist das Ragoon auch der Schnäpp, falls ich einige Leute jetzt wundern wollte. Jääd. Da ist ein Ängelchen. Ängel! Der war gar nicht Dulwil hierbei. Was? Dulwil. Dulwil. Oh, wie ein Hackfresse. Juuu. Ach ne, hab ich schon, kannst du haben. Ich hab schon Hackfresse, das ist mir aufgefallen. Kannst du haben? Davor war ein Spiegel. Ich hab's grad gesehen. Oh Gott, waaah! Uuuu. Was ist denn da Rabendiorumeng? Wuhuhuhuhu. Halt der Kiste. Geld, Werkzeug. 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 Kiste. Geld. Das ist eine Werkzeugkiste. Das ist eine Werkzeugkiste. Das ist eine Werkzeugkiste. Liebe Kinder. Liebe Kinder. Das ist Bildungsfernsehen. Hier lernt ihr noch etwas. Heute mit dem Elefantenböde. War doch jemand mit der Maus. Das war ein Furz. Hey. Hey. Das war mein Terreur. Terreur. Ja, ja, klar. Ja, wie heißt das eigentlich? Durch Benjamin Blümchen ist das ein Terreur. Aber, wie machen denn Elefanten wirklich? Wie würde man ein Elefant... Wie sagt man dazu, wie ein Elefant macht? Ausatmen. Ja, und auch nicht groß und klein. Ich mein... Was ist klar? Groß und klein ausatmen. Der hat einen großen kleinen aus, ne? Geht das auch. Kacka. Habt ihr auch schon mal einen großen kleinen ausgeatmet. Falls nicht, lernt ihr das. Oh, das war aber instant hier, was? Cool, ne? Boah, nicht schlecht. Ja. Guck mal, Raben. Ja, guck mal instant. Nicht schlecht. Haktfresse macht's. Kommen alle dran vorbei. Mit Haktfresse kommen wir dran vorbei. Gibt sich. Der Gotax hat wirklich 2000 gemacht. Sag mal, machst du auch noch was in deinem Leben oder spielst du noch an? Was? Was? Was denn? So cool der Charakter. Das macht er sogar's beschlemmen. Oh, ich dich mach. Geil. Wenn du mal so einen Charakter hättest. Weiß. Dann würde ich auch nichts mehr anderes im Leben machen. Endlich mal cool. Endlich mal cool. Das gönne ich dir auch. Endlich mal cool sein kannst. Ich weiß, danke. Deswegen stream ich auch mit dir. Ich weiß, danke. Äh, warte mal. Moment mal. Gerne. Sag ich dann mal drauf. Hallo. Hallo. Ich hab ja Rambomesser. So, wo gehen wir hin? Sind wir bald da. batterie batterie ein karton das hier in die grabe das ist ein französisch das ist ein karton französisch das ist ein karton karton ist kasse Weißt du überhaupt, wie in Dänemark ein Karton heißt? Weil ich mal einen dänischen Karton hatte und das drauf stand. Könntest du mal einen dänischen Karton da schon Kasse drauf? Und woher wusstest du, dass es Karton heißt? Vielleicht ist er auf Würstchen oder Schokolade? Nein, ich konnte... Das war eine Aufbewahrungskiste, Karton. Aufbewahrungskarton! Karton! Da läuft irgendwas vor uns, oder? Und da läuft was. Oh! Ich hab Schlitter gehört. Das ist so da, so. Da sind Wunder. Ich hab die sind nicht getrügert. Ja, war das da? Aber es klang eben noch ein bisschen weiter östlich, südlich. Aber vielleicht da hinten, oder? Der Boss ist hier. Ist er rot. Ja. Hast du noch was Leises? Hier ist noch ein Zombie. Okay. Hat noch was Leises. Alter. Ein Zombie. Noch klar. Da ist noch einer. Das ist gut. Vorsicht, der Stacheldraht so schräg vor dem Fenster an der Tür. Wo machst du denn sowas? Dann bist du noch einer. Da, ja. Das Stacheldraht. Was ist die denn? Da hinter. Draußen. Da ist für jemand rennen. Westen, oder? Ja, irgendwie schon, ne? Aber außerhalb. Bei mir irgendwo. Bei mir. Bei mir. Zwei Leute unten. Mindestens. Ja klar. Alter. Was? Wuckel. Ja. Nee. Ja. Was? Äh. Soll hallen. Komm rutschen. Raus. 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 Wir gehen alle. Verlauchnd costs nicht in die Tür hinten rein. Nein. Oh das schonen Stacheldraht geworfen gemeint. Der war da unten. Hier oben sind wir auch noch continental. Könnt auch den Weg mit Stacheldraht versperren und mich holen. Mehen. aber ein guter versuch war gut er ist noch geflogen aber ich weiß nicht ob du das gekostet scheiße ich hätte ein köpfchen wie viel leben noch höchstwahrscheinlich wieder zwei mindestens ja außerhalb ist immer noch kurz die kiste setzen nicht nur muni so aufgemacht an der treppe ist noch einer welche treppe da ist ein anderes team das ist schlecht wir sind abgelegen weiß ich nicht hier rechts ist nirgendwo hier rechts hat er noch rum Nein, das meine ich. Die hat halt nicht geholt. Das hast du auch recht zu werfen können. Da wo du nichts hingeworfen hast? Da ist in meinem Gemüse. Ja, dann kannst du es trotzdem nicht durchbannen. Ja, durchbannen schon, aber am nächsten nicht. Der ballert ja nur gut. Das meine ich. Ich gucke nochmal schnell nach hinten. Oh. Ups. Hoffentlich stehe ich erst nicht direkt im Ding. Zurück. Geh, 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 geh. Ah, direkt geblutet. Was auch? Da liegt doch noch, da liegt noch Muni rum irgendwo. Guck nochmal. Scheiße. Zieh mal den Hut. Du Arschkante. Geh, geh, geh. Geh, geh. Direkt ein Edger noch. Mann ey. Die stand noch weiter weg Das ist unglaublich Ich kann Als ob du mich da irgendwo auch nur im Ansatz gesehen hast Ja ich weiß, ich laufe da zu zweit draußen rum, dann ist das ja Dann habe ich einmal gehittet Ich laufe im Niveau Höchstwahrscheinlich Hä? Was haben die denn so? Die haben eine Staffel drauf weggemacht Ja böde Vorsicht, starke Draht, Vorsicht Oh danke Schätzchen, immer noch die anderen kommen Höchstwahrscheinlich Komm, hier läuft gut noch einer rum Ich war doch genau drauf Komm schon Anderes Team, super Komm schon in der Muni irgendwo? Nein, leider nicht. Special ammo nehme ich gerne. Rechts läuft nur irgendwann rum. Oben im Fenster ist einer. Beim Boss drin? Ja. Klar machen die auch noch beim Boss jetzt was. Nein. Äh, wurde es... Nee? Okay. Bootsaubert ist down. Okay. Dann ist er nicht oben reingerannt, wieder, dann ist er runtergesprungen. Ist es aber eine Frau gewesen, ne? Ah, okay, nee. Ich bin auf 120. Warum treffe ich den denn nie? Was ist denn los heute, ey? Ich habe da gefühlt, lebt keiner mehr von denen. Äh, ähm... Im Norden irgendwo halt gerade... Irgendein Sound. Watt denn? Irgendwie so ein Gestöhne hier vorne. Und... Und... Ötlich. Passt auf, der Stacheldad auch. Ja, ja. Ist auch Stacheldad. Und... Ich brauche halt Muni. Weil zwei Schuss... ... 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 Nee, das ist er. Das ist doch eine Frau. Alter, das geht doch kacken, ey. War die Frau noch drin? Ich glaube, die ist links irgendwo. Ja, Böde müsste hier sein. Oder? Weiß nicht, die hat sich gar nicht mehr geheilt. Böde, glaube ich. Ja. Ah, ist die Scheiße. Ja, nur Romero, die hat nur einen Schuss. Kachelrad. Alter, ey, was? Ich hab doch gedrückt. Ey, will der mich verarschen? Ich hab doch gedrückt. Die haben eine Reaktionszeit, das ist unglaublich. Ja, waren auch die beiden letzten. Besonders war die letzte. Aber bitte? So. An. Ah, vier Kills hatten wir doch noch. Ich nicht. Ich hab nicht eingetroffen. Ich hab hundertmal geschossen, nicht eingetroffen. Ich hab drei. Doch, doch. Ich hab einmal eingetroffen, stimmt. Siehste, guck mal was. Die muss ich gar nicht so schlecht machen. Hat das schön gemacht. Naja. Hätte ein bisschen erfolgreicher sein können. Nächstmal nimmt Böde was Vernünftiges mit. Was was Vernünftiges? Mal so einen Showdown. Tschüss. Falls es euch gefallen hat, sollte like und abonnat für dich nicht vergessen. Tschüss. Ah, tschüss. 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 Ah, ha, ha.